und wenn euch mal eine masche runtergefallen ist dann könnt ihr ganz einfach mit einer ziemlich kleinen häkelnadeln gehen geht hier vorne mascherein gibt sie wieder hoch dann seht ihr ja immer das ist immer eine reihe den ersten faden und ziehen nun durch die masche durch den zweiten und den zweiten ziehen dann auch wieder durch die masche durch den dritten haben wir unsere verlorene gegangene masche wieder auf der nadel und können weiter stricken und dann seht ihr das jetzt bitte schön und dann geht es um eine reihe den ersten faden und dann geht es um die mal eine reihe die mal eine reihe und dann geht es um die mal eine reihe und dann geht es um die mal